Mein Name ist Kohlhaas. Ich erhebe Klage gegen den Junker Wenzel von Tronca. Aufgrund des von ihm begangenen Frevels verlange ich eine gesetzmäßige Bestrafung desselben und den Ersatz des Schadens, welchen sowohl ich als auch mein Knecht Herse dadurch erlitten. Du brauchst nichts weiter als Waffen und Pferde! Alles andere kann haben, wer will, ja? Das ist nicht das Pferd, das 30-Taler-Wert war! Kleis hat gesagt, ein freier, denkender Mensch bleibt da nicht stehen, wo das Schicksal ihn hinstößt. Ich brauch noch eine, die du mit ein bisschen mehr Zuversicht spielst. Ich habe keine Zuversicht. Das spiel ich nicht. Kann man sich alles vorstellen. Kostet 0 Cent. Und trotzdem ist es da. Achtung! 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 Untertitelung des ZDF, 2020